Wow! Wessen Kater bist du denn? Oh! Wow! Wie geschmeidig und anmutig! Miau! Unglaublich, du bist perfekt! Danke, Universum, für dieses Geschenk! Wie heißt du denn? Oh, Anouche! Das könnte der Beginn einer wundervollen Freundschaft sein, Anouche! Ich bin so glücklich, ich könnte singen! Sollte das Liebe sein! Finger weg von diesem Ungeheuer! Anouche! Oh, hallo, Grandma! Deine schrille Stimme hat Anouche verschreckt, meinen neuen Freund! Hör zu, kleines Fräulein, dieser Kater ist nicht dein Freund, verstanden? Denn er gehört meinem allergrößten Feind! Einem Mann von nebenan mit Namen Mr. Gregorian! Und da ist er auch schon! Müll für die Müllfrau! Der einzige Müll, den ich hier sehen kann, sich Sie, Gregorian! Ich Sie nicht mögen, wütende Frau! Ich Sie nicht! Und ich Sie nicht mögen! Und ich Sie nicht! Dich mögen Sie nicht! Es ist kompliziert. Er sieht gar nicht so, so... Du wirst diesen Kater nicht wiedersehen, verstanden! Niemals! Okay, Grandma. Wenn du mich jetzt entschuldigst, Kids nähen sich nicht von allein. Zwischen Mr. Gregorian und Grandma herrscht zwar eine Fede, aber die hat ja nichts mit mir und Anouche zu tun. Ich werde rübergehen und mit Mr. Gregorian sprechen. Ich meine, wer sagt schon Nein zu... Tilly! Tilly! Du bist nicht die Vermieterin. Hallo, verehrter Herr Nachbar. Ich bin Tilly Green. Und ich... Oh, ich kenne dich. Du wohnst nebenan bei der alten Hexe. Was willst du? Äh, also eigentlich, Sir, bin ich hier, um den schönen Anouche zu sehen. Wissen Sie, ihr Kater und ich... Nein! Nein, 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 nein. Anouche wird niemals dein Freund. Halt dich fern von mir. Hat Anouche nach mir gefragt? Ich bin mir sicher, dass er mich vermisst. Wenn ich nur kurz Erdose anturfte. Anouche, mich hilft es dir. Das ist ärgerlich. Keine Sorge, Anouche, bald sind wir wieder vereint. Ich werde für uns beide schon einen Weg finden. Und wenn es das letzte ist, muss ich... Verschwinde! Natürlich, Entschuldigung. Thunfisch und Milch, Thunfisch und Milch. Jede Katze liebt Hundfische und Milch. Das lief zwar nicht wie geplant, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hey Tilly, Lust auf Nice? Oh, nein danke, Cricket. Ich bin damit beschäftigt, den allerliebsten und wunderschönsten Kater in mein Leben zu locken. Oh, sieh mal, da ist er ja. Du hast vor, mit Mr. Gregorians Kater zu spielen? Tilly, sei bloß vorsichtig. Dieser Mann dort, er ist ein Vampir. Du hältst alle alten Männer für Vampire. Sieh ihn dir nur an, meinen süßen Anoush. Ich weiß nicht, Tilly. Sei vorsichtig. Dracula und Grandma werden dich sicher genau beobachten. Ich weiß, Bruderherz, und deshalb treffen wir uns nur im Geheime. Miau? Fröhlich. Bist, Bruderherz, und zwar. Bist, Bruderherz, und zwar. Bist, Bruderherz, und zwar. Zirn, wie? Sieh ihn dir nicht ist, aber kann nicht. Chor. Untertitelung des ZDF, 2020